Hallo, herzlich willkommen bei katholisch.de, heute vom Kloster Schöntal, von der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz und bei uns ein weitgereister, besonderer Gast. Herzlich willkommen, Dom Erwin. Danke für die Einladung, bin gerne bereit, das Interview zu geben. Schön, dass Sie da sind. Sie waren am Sonntag noch beim Miseria Fasten Eröffnungsgottesdienst, heute hier in Schöntal. Welches Anliegen bringen Sie denn mit? Ja, ich bin zuerst bei Miseria gewesen, beim Eröffnungsgottesdienst in Würzburg, im Kilianstom. Und dann war das eigentlich naheliegend, dass man auch die Gäste, die aus Brasilien da sind, wir sind drei Bischöfe von Brasilien, dass wir auch mit den Bischöfen in Verbindung treten. Also hier ist ja die Vollversammlung jetzt der deutschen Bischöfe. Das erste Mal habe ich auch vor einem solchen Gremium, seinem illustren Gremium gesprochen. Und jede war auch eine Pastorin, ist dabei, eine lutherische Pastorin aus Brasilien und eben die drei Bischöfe. Und jeder hat sein Thema gehabt. Mein Thema war natürlich Amazonien. Und auch die indigene Frage und die Situation unserer kleinen Gemeinden und so, da macht man die Bischöfe drauf aufmerksam und versucht auch, sie für uns zu gewinnen, sagen wir mal ganz klar. Wenn man Dom Erwin kennt, weiß man, dass Sie ein Thema haben, das Sie unter den Nägeln brennt. Was ist es denn gerade? Ja, es gibt, ich glaube, verschiedene Themen. Das erste ist Amazonien selbst. Amazonien ist bedroht. Und damit ist der Planet Erde bedroht. Punkt zwei, die indigenen Völker, für die ich mich seit eh und je einsetze, die sind damit, dass Amazonien bedroht ist, auch bedroht. Weil Amazonien ist für sie die Welt, das Land, von dem sie leben, zu dem sie eine recht kind-mütterliche Beziehung haben. Das ist das Land ihrer Vorfahren, das Land ihrer Mythen, das Land ihrer Riten. Das sind die indigenen Völker, die verteidigen ihre Rechte, die, es ist uns gelungen, sie in der Verfassung festzuschreiben. Und das Dritte sind die Gemeinden, die kleinen Gemeinden. Ich bin Bischof und ich weiß um die Not und das Elend und die Schwierigkeiten, die diese Leute immer wieder haben. Und da möchte ich als Bischof auf ihrer Seite stehen. Es geht auch darum, dass diese kleinen Gemeinden, die zum allergrößten Teil von Laien geleitet werden, Frauen, speziell zwei Drittel der 800 Gemeinden werden von Frauen geleitet. Es gibt ja nur 30 Priester und davon sind sieben schon jenseits von 70. Und wenn Frauen und Männer die Verantwortung für die Gemeinden nicht übernehmen, dann ist kein kirchliches Leben mehr da. Aber da stellt sich dann eben auch die Frage nach der Eucharistiefeier. Und 90 Prozent der Gemeinden in Amazonien, die haben keine reguläre Eucharistiefeier, sonntägliche. Und 70 Prozent nur drei bis vier Mal im Jahr. Und das ist für mich ein ganz besonderes Thema und eine ganz besondere Herausforderung. Ist das, weil Sie das Thema Laien oder Frauen ansprechen in der Kirche, auch ein Thema, das Sie hier einbringen bei der Bischofskonferenz? Natürlich. Ich habe davon geredet und ganz offene Herzen. Ja, ja, das habe ich gefunden. Ich bin ganz überrascht gewesen. Ich war sehr interessiert. Für mich war das natürlich etwas ganz Besonderes. Ich habe zwar oft vor der brasilianischen Bischofskonferenz gesprochen, da bin ich ja bekannt. Ich bin ja 35 Jahre schon Bischof und habe nie gefehlt bei keiner einzigen Versammlung. Aber jetzt vor diesem Gremium der Deutschen Bischofskonferenz, naja, aber ich habe gemerkt, unsere Bischöfe hier, die sind sehr offen. Und habe mich dann nachher auf die Schulter geklopft und gesagt, ja, ja, und wir können darüber noch mehr reden und so. Leider ist es ganz kurz gewesen natürlich. Ein dringendes Thema ist hier das Thema Flüchtlinge und wie gehen wir in Deutschland damit um? Können wir was von Brasilien lernen? Sie haben ja viel mit Menschen zu tun, die entrechtet werden, die zwangsumgesiedelt werden. Können wir was lernen von Brasilien? Ja, weil ja, dann kann man immer. Ich meine, das Flüchtlingsproblem ist ja nicht nur ein Problem in Deutschland oder Österreich, sondern die Leute sind auf dem Weg. Man muss natürlich fragen, warum sie unterwegs sind. Die gehen ja nicht von ihrer Heimat weg, weil es ihnen nicht mehr da passt. Die gehen ja weg, weil Krieg ist, weil sie um ihr Leben bangen müssen. Und wenn ich das im Fernsehen sehe, wie die Frauen mit den Kindern unterwegs sind, das steche in mein Herz. Also ich kann mir ja nicht, man hofft das Beste für diese Leute. Da fragt man nicht zuerst nach Religion, nach Rasse. Das sind Menschen. Und die Menschen, die verdienen unsere Liebe und unsere Zuneigung. Ich kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, wenn eine Mutter mit einem Kleinkind, die unterwegs ist, die frieren, die haben Angst, die kämpfen um ihr Leben. Ja, da kann ich nicht einfach zur Tagesordnung übergeben. Und da sage ich einfach, was Jesus selber gesagt hat. Wer wurde dem, der unter die Räuber gefallen ist, zum Nächsten? Und wir können als Christinnen und Christen nicht einfach so tun, als ob uns das nichts angeht. Jetzt haben Sie auch einen schönen Satz geprägt, Solidarität kennt keine Grenzen. Sie sind jemand, der bis an die Grenzen geht und kämpft. Es gibt viele ehrenamtlich Engagierten in den Kirchengemeinden, die sagen, ich kann nicht mehr, uns fehlt der Mut. Was sagen Sie denen? Wie machen Sie Mut? Ich glaube, wenn man auf die Leute hinblickt, wie es ihnen geht, da bekommt man den Mut wieder. Weil ich kann das einfach, wenn ich das sehe, wenn eine Familie vor mir ist, die hat nichts und die haben Hunger, die frieren. Die sind von ihrer Heimat weg, weil da Krieg ist, weil vielleicht ihre Eltern oder Verwandten, die sind schon gestorben, die sind gefallen. Da kann ich nicht einfach so tun, als ob mich das nichts angeht, weil die nicht im selben Dorf geboren sind wie ich. Das ist eine Herausforderung. Diesen Leuten ins Auge zu blicken, heißt auch, das Herz für sie öffnen, nicht nur die Hände, sondern auch das Herz, ein offenes Herz haben. Und da müssen wir immer wieder lernen. Der Mut kommt, wenn man die Not des Anderen sieht. Der Mut kommt ganz sicher, wenn man das Elend eines Mitmenschen sieht. Und ich kann da nicht vorübergehen. Was empfehlen Sie den deutschen Bischöfen also? Was soll am Ende bei den Leitlinien auch unbedingt drinstehen? Wird sich nicht viel ändern. Die Einstellung der deutschen Bischöfe ist ja auch, dass die Leute irgendwo unterkommen, dass man sie nicht einfach abschiebt. Das ist mir natürlich klar. Man muss identifizieren. Das gehört zu jedem Nationalstaat dazu. Aber ich bin absolut überzeugt davon, dass die Bischöfe, die deutschen Bischöfe, auch die österreichischen Bischöfe, das habe ich schon erfahren und gehört, dass sie vom Evangelium ausgehen. Und das Evangelium ist ja ganz klar. Wer wurde oder wird diesen Menschen zum Nächsten? Es steht ja in dieser Geschichte, die Jesus erzählt hat, nicht drin, wer war der Nächste, sondern wer wurde ihm zum Nächsten. Im griechischen Urtext ist es nämlich genauso. Wer wurde ihm zum Nächsten? Das heißt, ich habe mich entschieden, für sie, für ihn, für die Anderen etwas zu tun. Ich bin ihm begegnet. Ich wollte ihm die Hand reichen, aber ich habe mein Herz für ihn geöffnet. Weil Sie vom Nächsten sprechen, Sie haben auch einen Nachfolger. Sie sind ja eigentlich seit Ihrem 76. Geburtstag im Ruhestand, aber das gibt es bei Erwin Kreutler nicht, oder? Na ruhig, das kann man mir nicht vorstellen, weil für das, was ich mich eingesetzt habe, mein Leben lang, das ist ja weiterhin an der Tagesordnung. Ich habe jetzt einen Nachfolger, also in ein halb Jahren hat der Papst meinen Rücktritt angenommen. Ich habe den schon 2014, wie es im Kirchenrecht vorgesehen ist, meinen Rücktritt dem Papst übermittelt. Und es hat dann eineinhalb Jahre gedauert und jetzt hat er ihn angenommen und einen Nachfolger, einen Franziskanerpater, hat er zu meinem Nachfolger aus einem Nachbarstaat bestimmt. Und der hat mich jetzt eingeladen, ihn zum Bischof zu weihen. Das werde ich tun, mit viel Freude. Und dann am 3. April wird Rinalta Mira dann ins Amt eingeführt. Und dann ist er der Bischof, aber das heißt ja nicht, dass ich dann im gleichen Augenblick durch die Hintertüre verschwende, sondern ich werde ihm zur Seite stehen, wo immer das notwendig ist und wer es will. Ich fühle mich da gar nicht jetzt an den Rand gedrückt, sondern ich weiß ganz genau, dass ich für ihn, er hat es mir auch schon gesagt, dass ich jedenfalls am Anfang ihm auch zeige, wie es hier gelaufen ist und wie es geht. Es ist ja nicht so einfach, einfach das Abend zu übergeben. Es gibt Leute, die meinen, der kommt über die Haustür rein und der emeritierte Bischof haut durch die Hintertüre, haut er sofort ab. Na, so geht das nicht. Und wie gesagt, die erste Begegnung, die ich mit ihm hatte, war unendlich herzlich und er hat gemerkt, er sagt auch, er möchte an den Schugou gehen und möchte etwas lernen von den Leuten, die dort sind. Er möchte einfach mitarbeiten und das finde ich eine wahnsinnig gute Ausgangsbasis. Was wünschen Sie den deutschen Bischöfen hier so zum Abschluss der deutschen Bischofskonferenz? Dass sie Mut haben. Das sagt der Papst immer, oder? Man soll, habt Mut. Seh an Korachudus, sagt er, man soll verwegen sogar sein, mutig. Das glaube ich, das ist wichtig. Und dass sie untereinander auch, sagen wir mal, gemeinschaftlich und als Bischöfe auf den gleichen Nenner kommen. Weil das braucht man heute auf der Welt, dass nicht der eine in diese Richtung zieht und der andere schon auf die Gegenseite geht. Sondern dass man tatsächlich merkt, die Bischöfe in Deutschland, die haben eine Entscheidung gefällt oder die sind eins, wenn es darum geht, wenn es ums Leben vor allem geht. Das finde ich gut. Danke für das schöne Schlusswort, Pater Erwin Kreutler. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei katholisch.de-Spezial. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei katholisch.de-Spezial. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei katholisch.de-Spezial. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei katholisch.de-Spezial. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal bei katholisch.de-Spezial.